Hallo, das hier ist der Synth Hunter und er präsentiert euch heute den Yamaha YS200. Das Gerät verfügt über einen 4-OPFM-Chip, dem man zusätzlich ein Multi-Effekt-Gerät beigeordnet hat. Mit 100 Festen sowie 100 User-Presets ist der Klangspeicher ziemlich gut dimensioniert. Weitere Sounds können per Speicherkart aufgerufen werden. Mit an Bord ist ein Acht-Spur-Sequenzer, der immerhin eine Kapazität von 10.000 Noten hat. Es erzeugt in der Regel sehr gute Techno- und Dance-Pässe, sowie digitale Synth-Sounds aus den 80ern. Es verwendet dieselbe Synthese wie das Yamaha TX-81Z. Das heißt, es stehen 8 Wellenformen zur Auswahl und nicht nur Sinuswellen, wodurch ein breites Spektrum von möglichen Sounds entsteht. Der Synth-Hunter hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Vintage-Instrumente wieder zum Leben zu erwecken und zu erhalten, also wird hier defekte und vergessene Musikausrüstung repariert und aufbereitet. Ja und hier ist der Synth-Hunter. Okay. Mal sehen, was er für diesen Kerl tun kann. Im Grunde funktioniert dieses Keyboard, aber es gibt einige Problemchen. Also lasst uns das Gerät einfach mal ausprobieren. Gut, das Gerät lässt sich einschalten. Einige LEDs leuchten und im Display erscheinen Informationen. Okay. Betätigen wir mal die Schalter. Und wie wir am Display feststellen, lassen sich einige Funktionen nicht abrufen. Das bedeutet, dass die Druckdaste ein Kontaktproblem haben. Wenn wir gleich den Synth-Hunter zerlegen, noch ein wichtiger Hinweis zur Sicherheit. Das Gerät arbeitet primär mit 220 Volt. Auch mit gezogenem Netzstecker können Kondensatoren mit hoher Kapazität immer nach Spannung führen. Bevor du mit der Reparatur elektronischer Geräte beginnst, solltest du dir das spezifische Service-Manual besorgen. Du kannst die meisten von ihnen online finden. Für das SY200 habe ich unten in der Beschreibung einen Link eingefügt. Laut Service-Handbuch verfügt der YS200 über ein integriertes Diagnose-Programm. Du kannst den Synthesizer in einen Selbsttest-Modus versetzen, indem du auf die Schaltflächen, Shop, Exit und Store drückst. Das Diagnose-Programm durchläuft verschiedene Tests und gibt dir Informationen über eventuelle Fehlfunktionen. Im Service-Manual sind die Tests genau beschrieben. Hier bekommst du schon mal Hinweise auf mögliche Defekte des Gerätes. Wir stellen fest, dass es einige Tasten gibt, die nicht reagieren, oder einen stärkeren Druck benötigen, um Kontakt herzustellen. Auch die After-Touch-Funktion der Tasten selbst funktioniert überhaupt nicht. Wenn wir jetzt auf die User-Preset gehen, sehen wir im Display anstatt der Patch-Namen nur wirre Zeichen. Das deutet auf eine leere Backup-Batterie hin, die auch bereits durch das Testprogramm festgestellt wurde. Die werden wir natürlich durch eine neue ersetzen. Also so wie es aussieht, müssen wir einige Drucktaste austauschen und die Ursache für den nicht funktionierenden After-Touch-Funktion untersuchen. Da sich der Synthesizer in einem guten optischen Zustand befindet, werden wir ihn dann am Ende nur noch etwas von außen reinigen. Ich muss nicht extra betonen, dass wir immer qualitativ hochwertige Werkzeuge verwenden sollten. Es macht die Sache einfacher. Gehe langsam und behutsam vor, wir wollen ja nicht zusätzlich etwas zerstören. Während des Auseinanderbaus empfehle ich, Fotos von jedem Schritt zu machen, um später das Risiko falsch angeschlossener Kabelverbindungen auszuschließen, und eine Orientierung zu haben, wenn wir die Teile wieder zusammensetzen. Um an die Hauptplatine zu kommen, müssen wir zuerst das Abschirmblech entfernen, aber Vorsicht, hier befinden sich die integrierten Schaltkreise. Zum Schutz vor Beschädigung von Bauteilen durch statische Aufladung benutzt man am besten ein ESD-Antistatik-Armband, das man mit einem masseführenden Gegenstand oder einer Leitung verbindet. Jetzt entfernen wir die Steckverbindungen. Hier ist wieder Vorsicht geboten. Wenn man zu stark zieht, kann es passieren, dass man ein Kabel abreißt. Jetzt haben wir das Mainboard ausgebaut und können mit dem Austausch der Speicherbatterie beginnen. An dieser Stelle werde ich euch keine detaillierten Anweisungen zum Löten oder Entlöten geben. Es sind viele Videos online, die die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen. Normalerweise nehme ich die Entlötpistole für diese Arbeit. In diesem Video benutze ich eine Entlötpumpe. Besser geht es mit der Pistole, aber mit etwas Geschick und Übung sollte das auch so funktionieren. Passende Speicherbatterien mit Lötfahnen gibt es auch für dieses Gerät noch zu kaufen. Ich finde aber sie sind recht teuer. Für weniger Geld gibt es eine einfache Batteriefassung, die wir mit Anschlusskabeln versehen, mit einem Stück Schrumpfschlauch isolieren und auf dem Mainboard an den alten Lötpunkten wieder befestigen. Achtet aber unbedingt auf die richtige Polung. Für dieses Gerät können wir eine handelsübliche Knopfzelle mit der Bezeichnung CR2032 verwenden. Für die Isolierung nimmt man am besten einen Schrumpfschlauch mit einem Durchmesser von nicht mehr als 2 cm. Wie gesagt, achtet beim Einsetzen auf die Polung. Der Plus-Pol ist auf dem Board markiert. Sofern ihr die Kabel richtig an die Fassung gelötet habt, setzt ihr dort das rote Kabel ein. Geschafft. Die erste Aufgabe wäre erledigt. Nach dem Einlöten könnte man jetzt die Batterie noch mit Heißkleber befestigen. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Sie sitzt auch so an Ort und Stelle. So. Weiter geht es mit dem Ausbau des Netzteils. Das ist notwendig, damit wir an die darunterliegenden Frontplatinen herankommen. Auf diesen befinden sich nämlich die Druckschalter, die wir ersetzen müssen. So, jetzt haben wir die Frontplatine herausgenommen. Vorher haben wir natürlich festgestellt, welche Schalter wir ersetzen müssen. Ersatzschalter findest du bei Ebay. In der Beschreibung unten gibt es einen Link, über den du einen ganzen Satz erhalten kannst. Sie sind günstig und für die Zukunft hast du dann auf jeden Fall einen Vorrat an verschiedenen Größen. Wir nehmen jetzt alle defekten Drucktaster heraus. Sie sind jeweils mit vier Kontakten befestigt. Mit der Entlötpumpe saugen wir auf der Rückseite der Platine das Lötzinn ab. Anschließend können wir den Taster dann mit einem kleinen Flachschraubenzieher rausheben. Jetzt sieht man auch, dass der Drucktaster schon ziemlich abgenutzt und korrodiert ist. Nun nehmen wir die neuen Taster und setzen diese wieder sorgfältig in die Platine. Auf der Rückseite kurz verlötet und fertig. Wenn das Gerät jetzt schon mal so weit zerlegt ist, wäre zu überlegen, ob man nicht doch gleich alle Drucktaster auswechselt. Weitere Ausfälle von Komponenten sind bei dem Alter sicherlich nicht unwahrscheinlich. Nachdem wir dann alle betreffenden Schalter ersetzt haben, können wir uns der defekten Aftertouch-Funktion zuwenden. Bei dem YS200 befindet sich unter den Tasten ein Kontaktstreifen. Dieser Kontaktstreifen steuert die Aftertouch-Funktion und ist mit der Tastaturplatine verbunden. Diese Steckverbindung werden wir jetzt erstmal prüfen. Wir hebeln das Oberteil des Steckverbinders etwas nach oben. Dann können wir das Kabel herausziehen. Diese Flachbandkabel sind sehr anfällig, besonders wenn sie schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Also Vorsicht! Ich nehme an, das hier ist ein Kontaktproblem. Eine Reinigung und ein richtiges Wiedereinsetzen sollte das Problem beheben. Zum Reinigen von elektrischen Kontakten eignet sich Alkohol. Ich empfehle Isopropanol mit mindestens 90% Alkoholanteil. Beim Einsetzen des Flachbandkabels, schieben wir es in den Kabelhalter und drücken vorsichtig das Oberteil wieder runter. So, erledigt. Jetzt können wir der Reihe nach alles wieder zusammensetzen. Aber bitte darauf achten, dass alles passend ineinander geht. Wenn was nicht richtig sitzt, lieber nochmal nachschauen. Vergewissere dich, dass alle Kabelverbindungen wieder an ihrem Platz sind. Acht, dass alle Kabelverbindungen wieder an ihrem Platz sind. Das war's für heute. Beim Zusammenbau haben wir festgestellt, dass die Isolierung des Netzkabels eingerissen ist. Das können wir so nicht lassen. Also nochmal raus mit dem Netzteil. Diese Reparatur können wir schnell erledigen. Wir entfernen das Netzkabel, indem wir es einfach kappen und schneiden das schadhafte Stück ab. Das Anschlusskabel ist dabei immer noch lang genug. Wir verlegen es wieder genauso wie es vorher war und befestigen die beiden Drahtenden wieder an den Kontakten. Es empfiehlt sich, die Drahtreste an den Kontakten vollständig zu entfernen, so ist es einfacher, die Kabelenden wieder zu befestigen und wir können eine feste Lötverbindung herstellen, die an dieser Stelle besonders wichtig ist. Das war's für heute. So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Auch das wäre jetzt erledigt und wir können mit dem Zusammenbau fortfahren. Nachdem wir alles wieder zusammengesetzt haben, starten wir noch einmal das Testprogramm. Wir sehen, dass die Backup-Batterie die entsprechende Spannung liefert und die Tasten produzieren jetzt auf wieder die Aftertouch-Funktion. Zum Schluss setzen wir mit einem Reset die beiden Soundbänke wieder in den Originalzustand. So, wir fassen zusammen. Wir haben uns als erstes einmal einen Überblick verschafft, inwieweit das Gerät funktionsfähig ist. Dabei hat uns das hauseigene Diagnose-Programm geholfen. Wir haben festgestellt, dass einige Schalter nicht funktionierten und die Tastatur keinen Aftertouch produzierte. Weiterhin haben wir festgestellt, dass die interne Speicher-Batterie leer war und wir entfernten die schadhafte Stelle am Netzkabel. Mit geringem Aufwand konnten wir diese Fehler beseitigen und haben jetzt wieder einen vollständig funktionierenden Synthesizer. Jetzt zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Synth-Hunter übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch selbst durchgeführte Reparaturversuche entstanden sind. Dieses Video soll einen Anhalt geben und dient nicht als vollständige Reparaturanleitung. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt und ich hoffe, dass es bei eurem eigenen Projekt hilfreich ist. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Episode hoffentlich wieder.